Hallo und herzlich Willkommen. Heute sind wir wieder einmal eine kleinere Runde. Das heißt, wir haben das Webinar nicht groß angekündigt. Heute geht es um ein Thema, was eigentlich die richtige Rechtsform für mein Unternehmen ist. Ich werde jetzt vor allem den Hauptfokus auf GmbHs und Einzelunternehmen setzen und wann was eventuell Sinn ergibt. Das heißt, ich werde euch jetzt keinen Theorievortrag darüber halten, welche Rechtsform es alles gibt und wann jetzt eine GbR und OHG und KG und GmbH und CoKG oder UG und CoKG und die Kommanditgesellschaft auf Aktien. All das werde ich alles weglassen. Ich gehe davon aus, dass ihr wahrscheinlich irgendwie freiberuflich und selbstständig seid. Die meisten von euch wahrscheinlich auch in der Form eines Einzelunternehmens. Yes! Rechtsform für Selbstständige ist ehrlicherweise, wie eben schon angekündigt, ein bisschen dick aufgetragen, weil ich mich vor allem mit GmbH und Einzelunternehmen beschäftige. Ich kann euch auch Fragen zu den anderen beantworten, aber ehrlicherweise ist es für die meisten Freiberufler. Und da wir jetzt schon zwei Freiberuflerinnen in der IT dabei haben, wollen wir vor allen Dingen darauf eingehen, was er gibt als Freiberufler oder Freiberuflerinnen sind am meisten. Sarah fragt, ich gehe einfach schon mal direkt darauf ein, tatsächlich stellt sich für mich aber die Frage, ob ihr irgendwann oder wann auch GmbHs betreut. Persönlich würde ich lieber Freiberuflerin bleiben, aber das Thema wird von Kundenseite zum Teil forciert. Es kann durchaus sein, ich kann das nicht ausschließen, absolut nicht. Es gibt auch einige Stimmen, wir sitzen ja zusammen intern immer mal wieder und diskutieren, in welche Richtung wir uns bewegen. Und da spielt das Thema GmbH jedes Mal eine Rolle, ob wir die auch anbieten. Es gibt ein paar Gründe, warum ich persönlich zu den Leuten gehöre, die dem Ganzen durchaus skeptisch gegenüberstehen, weil einfach eine ganze Reihe an zusätzlichen Verpflichtungen dazu gehört. Natürlich könnten wir es theoretisch, aber die Art, wie wir arbeiten, baut halt sehr viel darauf auf, dass wir quasi das Bankkonto als Grundlage haben und das richtig Spaß macht die Buchhaltung bei einer Einnahmeüberschussrechnung, wenn du das Bankkonto und die Steuerberatung in einer App hast, wie es bei uns der Fall ist. Und das ist bei einer Einnahmeüberschussrechnung der Fall, bei einer GmbH halt nicht. Wenn wir uns Richtung GmbHs irgendwann mal öffnen und das auch anbieten, dann wird es wahrscheinlich so klassische One-Man oder One-Woman GmbHs sein. Das wird wohl bei dir wahrscheinlich der Fall sein, dass das gefragt ist. Also 100% Gesellschafter und Geschäftsführer in einer Person, das ist das Wahrscheinlichste. Das Einzige, wo ich es eigentlich fast verbindlich sagen kann, ist das nächste Jahr und nächstes Jahr wird es noch nicht kommen. Da sitzen wir jetzt gerade dran an der ganzen Planung für nächstes Jahr. Da spielt GmbHs jetzt noch kein Thema, was aber nicht heißt, dass das 2023 durchaus der Fall sein kann. Ich könnte da eventuell auch Steuerberater empfehlen, aber erstmal möchte ich inhaltlich einsteigen. Und zwar möchte ich doch allen vorher einmal quasi die Theorie liefern, was ist eigentlich ein Einzelunternehmen, wer gehört dazu, wer nicht. Was ist eine GmbH, was sind die Merkmale, was sind die Vor- und Nachteile von Einzelunternehmen, was sind die Vor- und Nachteile von einer GmbH. Und wo ist die Unterschiede und wann ergibt was eventuell Sinn. Falls denn Interesse ist, das müsst ihr mir dann tatsächlich sagen, habe ich es auch vorbereitet, wie gründet man eigentlich eine GmbH. Da gibt es auch natürlich einmal das Theoretische, so die Theoretische Checkliste, die braucht ihr euch nicht vorlesen, die könnt ihr euch selber ergoogeln. Aber da ich das Ganze schon ein paar Mal gemacht habe und noch häufiger mit begleitet habe, kann ich euch auch mal erzählen, wie das eigentlich abläuft und welche Schritte da passieren usw. Da könnt ihr gerne in den Chat schreiben oder können wir nachher auch überlegen, ob das eigentlich noch relevant ist für euch, ob ich darauf auch noch eingehen soll oder ob ich das weglasse. Aber es wäre theoretisch vorbereitet. Erstmal, was sind Einzelunternehmen? Einzelunternehmen ist quasi die intuitivste Gründung und die einfachste Gründung. Das heißt, wenn ihr euch einfach selbstständig anmeldet, ihr seid alleine, ihr startet irgendwas, zum Beispiel als Freiberuflerin in der IT, dann geht ihr irgendwo hin, meldet euch beim Finanzamt an und sagt, ich bin jetzt freiberuflich tätig und damit habt ihr quasi rechtlich gesehen ein Einzelunternehmen gegründet. Das ist jetzt ein Beispiel, also Freiberufler ist ein Beispiel. Freiberufler sind ja nicht nur jetzt Berater oder generell in der IT Entwickler oder irgendwie sowas, sondern sind auch diese ganzen klassischen Kammerberufe. Zu dem ganzen Thema, was ist freiberuflich und gewerblich, dazu habe ich auf diesem Kanal auch schon mal ein Video hochgeladen. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt an dem Thema, schaut euch gerne das Video an. Das findet ihr auf dem Kanal, wenn ihr freiberuflich Gewerbetreiben bei uns auf dem Kanal sucht. Da bin ich darauf mal ein bisschen eingegangen. An dieser Stelle ist es eigentlich vollkommen egal, weil in beiden Fällen bist du quasi Rechtsform Einzelunternehmen. Dann kann es auch Einzelunternehmen geben für Leute, die z.B. Land- und Forstwirte sind. Also keine Ahnung, ihr habt einen landwirtschaftlichen Betrieb, könnt ihr das auch als Einzelunternehmen gründen. Entscheidend hier ist, wenn ihr euch einfach selbstständig anmeldet. Also entweder geht ihr zum Gewerbeamt, holt euch einen Gewerbeschein und geht dann zum Finanzamt. Wenn ihr gewerbetreibend seid oder wenn ihr freiberuflich seid, meldet euch direkt beim Finanzamt an und diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Und danach seid ihr per Definition Einzelunternehmen. Und da gibt es jetzt auch erstmal Einzelunternehmen ist so der Überbegriff und dann gibt es darunter halt einmal die Freiberufler, einmal die Gewerbetreibenden und einmal Land- und Forstwirte usw. Grundsätzlich wird genau das nämlich auch ein Unterschied. Es gibt einmal die Gewerbetreibenden und da würde ich mal sagen unter Gewerbetreibend, wenn du sagst Freiberuflich und Gewerbetreibend, wird Gewerbetreibend auch nochmal unterschieden zwischen Kaufleuten. Kaufleute sind diejenigen, die sich auch im Handelsregister eintragen. Das kennt man manchmal so an dem Kürzel, so eingetragener Kaufmann. Das heißt, man führt dann quasi diesen Zusatz im Namen und kann sich dann auch einen Fantasienamen geben. Wenn man so soloselbstständig ist, dann heißt das eigene Unternehmen halt immer wie man selbst. Das heißt, wenn ich mich selbstständig mache und freiberuflich tätig bin oder gewerblich tätig bin und nicht im Handelsregister eingetragen bin, dann heißt mein Unternehmen auch immer Melchior Neumann. Ich kann natürlich trotzdem immer noch ein witziges Logo machen und kann mich auch on top noch irgendwas dazu ergänzen. Aber meinen Namen darf ich da nicht rauskürzen. Und dann bin ich halt ein gewerbliches Einzelunternehmen. Wenn ich freiberuflich bin wie Sarah und Aniona, dann heißt euer Unternehmen genauso wie ihr heißt, rechtlich gesehen zumindest. Und ihr seid halt ein nicht gewerbliches Einzelunternehmen. Ihr zahlt an Steuern immer Umsatzsteuer oder Einkommensteuer. Selbst auf unterschiedlichen Gründen kann man ja eventuell von einer Umsatzsteuer befreit sein. Entweder habt ihr eine Kleinunternehmerregelung in Anspruch genommen oder ihr macht einfach einen Beruf, der von Umsatzsteuer befreit ist. Das ist zum Beispiel der Fall bei Versicherungsvertrieblern, das ist zum Beispiel der Fall bei Ärzten, das ist aber auch der Fall bei Dozenten an Hochschulen. Die zahlen häufig keine Umsatzsteuer, das heißt, die sind davon ausgenommen. Die haben auf der anderen Seite dann auch keinen Vorsteuerabzug, aber ihr müsst zumindest alle an. Ja, sehr schön, dann spreche ich dich ab jetzt auch an. Ihr seid jetzt meine beiden Beispiele, weil ihr als erstes reagiert habt. Und genau, Umsatzsteuer seid ihr auf jeden Fall verpflichtet. Ihr müsst auf jeden Fall auch eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Das heißt, wenn ihr auch Kleinunternehmer seid oder Arzt oder Dozent oder sowas, müsst ihr trotzdem eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Ihr müsst halt keine Umsatzsteuer zahlen, aber ihr seid grundsätzlich erstmal Umsatzsteuer verpflichtet, deswegen müsst ihr auch die Erklärung abgeben. Einkommensteuererklärung müsst ihr natürlich auch abgeben. In der Einkommensteuererklärung packt ihr alle eure Einkünfte zusammen, um genau zu sein und macht die Steuererklärung. Ihr als Freiberufler müsst keine Gewerbesteuererklärung abgeben. Das heißt, als nicht gewerbliche Einzelunternehmen müsst ihr keine Gewerbesteuer abgeben. Alle anderen, die nicht freiberuflich anerkannt sind, müssen halt auch eine Gewerbesteuer abgeben. So viel eigentlich dazu. Das ist, glaube ich, jetzt keine Raketenwissenschaft und sollten auch die meisten von euch wissen, weil ihr ja die meisten von euch zumindest selbstständig ein Einzelunternehmen habt und betreibt. Wichtig an dieser Stelle ist, dass die Rechtsform nicht frei wählbar ist. Das heißt, wenn ihr jetzt Freiberufler seid, das heißt Sarah und Anja, das heißt, wenn ihr euch überlegt, ihr wollt eine Gewerbe gründen oder eine GmbH gründen, dann verliert ihr quasi euren Status der Freiberuflichkeit, sobald ihr eine GmbH gründet. Das muss euch klar sein. Das hat auch einige Nachteile, weil gerade als Freiberufler ist man ja so ein bisschen, ich würde mal sagen, hat man so eine Sondererstellung und hat eine ganze Reihe an bürokratischen Erleichterungen. Das heißt, ihr müsst immer quasi nur eine Ein- und Überschussrechnung erstellen. Ihr habt, was die Kammer betrifft, eventuell eine andere Zugehörigkeit und es gibt andere Verpflichtungen, die ihr einfach bürokratisch gar nicht habt, wo ihr besser gestellt seid. Es fängt schon da an, dass ihr eine Gewerbesteuererklärung gar nicht machen müsst. Das heißt, ihr habt nur zwei Steuererklärungen statt drei. Das fällt alles weg, wenn ihr eine GmbH gründet. Wenn ihr eine GmbH gründet, seid ihr keine Freiberufler mehr und werdet quasi wie alle anderen behandelt und habt diesen Sonderstatus, den ihr sonst hättet, nicht mehr. Hier habe ich einmal ein paar aufgelistet, also die Berufe, die so ganz klassisch diese Freiberuflichkeit haben. Das sind jetzt Rechtsanwälte, Apotheke, Steuerberater, Heilpraktiker, Journalisten, Berater, Designer. Wer fällt mir? Wirtschaftsprüfer auch, Architekten steht da auch nicht. Also es gibt eine ganze Reihe an Berufen, habe ich eben gesagt. Es gibt auch schon mal ein vertiefendes Video, was ihr auf diesem Kanal hochgeladen habt. Könnt ihr euch angucken, wenn euch das interessiert. Es gibt natürlich jetzt gerade auch in den letzten Jahren immer mehr so Hybride. Also das Einkommensteuergesetz wurde halt vor Jahrzehnten geschrieben und da hat man halt so diese freien Berufe definiert. Heutzutage gibt es ja eine ganze Reihe an neueren Berufen, würde ich mal sagen. Allein, dass Sarah und Anja sagen, in der IT gab es wahrscheinlich schon mal vor 80, 90, 100 Jahren, aber nicht in der Form und der Dimension, wie es heute der Fall ist. Das heißt, hier ist aber auch entscheidend, all diese Berufe verlieren quasi den Freiberuflerstatus, wenn ihr eine GmbH gründet. Jetzt kommen wir zum spannenderen, weil wahrscheinlich neueren Part für euch und zwar GmbH. GmbH ist erstmal, also Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das heißt, es ist quasi eine Gesellschaftsform. Das heißt, die gründet sich auch ein bisschen anders. Das heißt, ihr meldet euch nicht einfach beim Finanzamt an, sondern es ist ein bisschen aufwendiger. Insgesamt in Deutschland ist das eine sehr, sehr beliebte Rechtsform. Wenn man an alle Gründungen und Unternehmensgründungen, also Business-Starter in Deutschland schaut, ist das die beliebteste Rechtsform. Also auch vor Einzelunternehmen. Es gibt mehr GmbHs als Einzelunternehmen. Das liegt aber auch ein bisschen daran, weil die Rechtsform von ganz, ganz viel genutzt werden kann. Also auch wir, Contest, Steuerberatung ist eine GmbH, dann gibt es Contest, die quasi die Banking-App macht. Wenn ihr unsere Mandanten seid, dann habt ihr quasi mit beiden zu tun. Das ist auch eine GmbH und dadurch, also das ist so die Standard. Wenn man auch mit Geldgebern arbeitet und mit mehreren Leuten gründen will und da einfach ein größeres Vorhaben hat als Unternehmen, dann fällt die Wahl meistens auf die GmbH. Genau das ist es. Das heißt, wenn eine Person, das heißt, ihr könnt es auch alleine machen, aber wenn Sarah jetzt beispielsweise auch mit ihrem Mann gemeinsam etwas aufbauen möchte, was ein bisschen größer ist und vielleicht Mitarbeiter aufbauen möchte und irgendwie sowas, dann kann das sehr häufig Sinn ergeben, eine GmbH zu gründen, weil dann kann man automatisch schon nicht mehr ein Einzelunternehmen sein. Wichtig an dieser Stelle ist, ihr braucht Geld am Anfang. Da komme ich auch gleich noch dazu. Wenn ihr eine GmbH gründet, dann begründet ihr quasi, es ist wie eine komplett fremde Person. Und Person ist gar nicht so ausgedacht, weil eine GmbH ist eine juristische Person. Das heißt, ihr gründet quasi eine komplett neue Existenz, die jemand anderes ist als ihr. Also es gibt einen Unterschied zwischen eurer Firma und euch. Das ist als Freiberufler ja etwas anderes. Als Freiberufler ist man halt beides. Man hat zwar den betrieblichen Bereich und den privaten Bereich, aber es ist nicht rechtlich voneinander komplett getrennt. Das ist bei einer GmbH anders. Bei einer GmbH habt ihr wirklich eine eigene Rechtspersönlichkeit. Deswegen heißt es auch juristische Person, die ihr gründet. Und diese juristische Person müsst ihr am Anfang mit Kapital ausstatten und das macht ihr mindestens mit 25.000 €. Ihr könnt auch 50.000, 100.000, 200.000 usw. ausstatten, aber mindestens 25.000 €. In der Praxis komme ich dann nachher dazu, wie man es gründet. So rein praktisch geht es auch, wenn ihr jetzt 12.500 € auf dem Konto liegen habt. Dann könnt ihr das damit auch noch machen und dann könnt ihr quasi eine zweite Hälfte auch noch später reinzahlen. Aber erstmal braucht ihr mindestens 25.000 € insgesamt oder müsst ihr euch darauf committen. Das Interessante, warum die meisten Leute tatsächlich sagen, eine GmbH ist ganz interessant, ist die Haftungsbeschränkung. Das heißt Gesellschaft mit beschränkter Haftung, das heißt irgendwo muss das in der Haftung beschränkt sein. Und der Grundgedanke ist, dass ihr als GmbH-Inhaber quasi nicht mit eurem privaten Vermögen haftet. Dadurch, dass ihr eine komplett eigene juristische Identität geschaffen habt, haftet diese juristische Identität auch nur für die eigenen Schulden quasi und nicht ihr für die Schulden für eure Gesellschaft. Das ist relativ interessant, weil dadurch haftet ihr halt nicht mit allem, was ihr habt. Wenn ihr als Freiberufler irgendwie Mist baut und Vermögensschaden anrichtet oder irgendwie schlecht wirtschaftet und eine hohe Steuernachzahlung oder eine Banken-Kreditabschlustilgung, dann haftet ihr ja immer mit allem, was ihr habt. Auch mit eurem Privatvermögen, Einfamilienhaus, der Altersversorger im Zweifel und so weiter. Das ist bei einer GmbH anders. Eine GmbH haftet quasi nur mit dem, was die GmbH hat, aber ihr nicht selbst. Das ist relativ interessant und ist auch für ganz viele Leute eine der Hauptmotivationen, warum man sagt, die GmbH klingt interessant. Genau, ich habe eben schon erzählt, dadurch, dass ihr eine eigene Rechtspersönlichkeit gründet, gibt es einen Unterschied zwischen Gesellschaftern, dass ihr als Gesellschafter die Person, die die Gesellschaft beinhaltet quasi, das heißt der Inhaber. Das heißt, ihr geht hin und packt das Geld rein und dann muss quasi die rechtliche Identität, diese juristische Person muss ja von irgendjemandem vertreten werden. Ihr könnt euch das fast ein bisschen vorstellen wie so ein minderjähriges Kind. Das ist halt nicht geschäftsfähig. Irgendjemand muss für diese Person quasi die Entscheidung treffen. Das klingt jetzt doof, aber genau so kann man es vergleichen. Ich habe jetzt eine Tochter, seit gestern 6 Wochen alt und die muss ja auch manchmal irgendwie Entscheidungen treffen. Das heißt, was gibt es heute zu essen, welche Windeln kaufen wir und solche Sachen. Und diese Entscheidung treffe ich für mein Kind. Und so ein bisschen so kann man sich so eine GmbH auch vorstellen. Eine GmbH ist ja nur ein rechtliches Konstrukt und kann keine Entscheidung selbst treffen, wie so ein 6 Wochen altes Kind. Das heißt, es braucht irgendjemand, der für diese Person die Entscheidung trifft und das ist der Geschäftsführer. Das heißt, der Geschäftsführer steht dann da und führt auch die alltäglichen Geschäfte. Warum erkläre ich das so in dem Maße? Weil der Geschäftsführer kann jemand anderes sein als der Inhaber. Das ist auch, wenn man sich mal so anguckt, welche GmbHs so gegründet werden, in der Regel auch der Fall. Also es ist durchaus häufiger der Fall. Ich bin zum Beispiel in der Contest Service Gesellschaft, das heißt, wir sind diejenigen, die so die Buchhaltung machen und so, bin ich der Geschäftsführer. Ich bin aber nicht der Inhaber, weil der Inhaber der Contest Service GmbH ist die Contest GmbH. Das heißt, auch eine GmbH kann eine andere GmbH besitzen. Aber da fällt das durchaus auseinander, wo ich dann halt in der Geschäftsführung bin, aber halt nicht der Inhaber bin. Und das ermöglicht halt insbesondere so größere Konstrukte, dass man beispielsweise einen Geschäftsführer haben kann. Oder wenn du jetzt, Sarah, kannst du beispielsweise Gesellschafterin sein, auch 100% der Firma gehören und kannst trotzdem jemand anderes haben, beispielsweise dein Mann, der Geschäftsführer ist und quasi auch die Verträge für die Gesellschaft unterschreibt. Das heißt, das fällt auseinander und genau das ist auch die Grundvoraussetzung. Natürlich haftet der Inhaber der Firma natürlich nicht mit allem, was der Geschäftsführer da macht. Steuerlich ergeben sich auch so ein paar Sachen. Das ist so ein anderer Punkt, warum das viele Leute interessant finden. Weil die GmbH, die zahlt auch immer Umsatzsteuer, die zahlt statt Einkommensteuer Körperschaftsteuer. Und da wird es nämlich ganz interessant, weil Körperschaftsteuer ist immer 15%, das heißt pauschal. Also für den ersten Eurogewinn werden 15% Körperschaftsteuer bezahlt und bei 10 Milliarden Gewinn auch nur 15% Körperschaftsteuer. Das ist nicht wie bei der Einkommensteuer, dass der Einkommensteuersatz immer höher geht, bis zu 45%, sondern bei der Körperschaftsteuer bleibt es immer bei 15%. On top kommen dann noch die Gewerbesteuer, auch in jedem Fall. Da haben wir vorhin schon darüber geredet. Das heißt, wenn ihr auch vorher freiberuflich wart und in der GmbH seid, dann seid ihr trotzdem gewerbesteuerpflichtig, weil ihr den Status als Freiberufler verliert. Das heißt, ihr zahlt 15% Körperschaftsteuer und 15% Gewerbesteuer. Das ist auch der Fall, wenn ihr quasi mehr oder weniger 100% Gesellschafter und Geschäftsführer seid. Das heißt, bei einer One-Man-Show, One-Man-GmbH, zahlt ihr 15% auf jeden Euro. Das ist aber auch bei Contis zum Beispiel so oder was ist so die Größe? Ich glaube Bosch. Bosch ist auch eine GmbH. Bosch zahlt auch 35% auf alles und da gibt es keine steigenden oder sinkenden Steuersätze. Das macht das für einige auch relativ interessant, weil man halt nie über 30% Steuern auf der Gesellschaft landet. Das Problem ist, dann ist das Geld halt in der Gesellschaft und ihr müsst das ja irgendwie nur rausholen. Das heißt, wenn ihr jetzt beispielsweise 100.000 € Gewinn macht und ihr zahlt natürlich persönlich einen höheren Steuersatz, wenn ihr das als Einzelunternehmen 100.000 € Gewinn macht, jetzt firmiert ihr quasi um, man kann das umändern, man kann die Gesellschaft umändern, dann zahlt ihr halt nur noch 30%, sprich 30.000 € Steuern. Das ist ein niedrigerer Ersatz. Das Problem ist, dann gehört das Geld ja dieser fremden Person, das heißt dieser juristischen Person. Damit ihr das privat ausgeben könnt, müsst ihr das ja aus dieser Gesellschaft noch irgendwie rausholen. Und da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder zahlt ihr euch ein Gehalt, weil ihr da angestellt seid in eurer eigenen GmbH, oder ihr schüttet das als Gewinn aus und dann kommen halt nochmal Steuern drauf. Deswegen muss man bei einer GmbH immer schauen, wie viel Steuern müsst ihr ganz am Ende wirklich zahlen, um das Geld wirklich aus dem Umsatz, das heißt vom Kunden bis es bei euch auf dem privaten Konto liegt, sein. Das ist ja bei Einzelunternehmen relativ einfach. Und zwar könnt ihr euch einfach zwischen Geschäftskonto und Privatkonto Geld hin und her überweisen, wie ihr wollt. Das geht bei GmbH halt nicht. Das heißt, ihr müsst dann immer euch überlegen, zahle ich mir jetzt ein Gehalt aus, habe da dann nochmal Lohnsteuer und unter Umständen Sozialversicherung, das heißt Krankenkasse, Rentenversicherung und solche Beiträge, die ich zahlen muss. Oder ich mache eine Ausschüttung und muss dann aber nochmal Pauschalkapitalertragssteuer zahlen, das heißt nochmal 25 % obendrauf. Und das muss alles betrachtet werden und das macht das häufig steuerlich weniger attraktiv. Wir schauen uns das gleich aber auch nochmal im Detail an, somit einmal durchrechnen und sowas. Aber das ist wichtig an dieser Stelle, weil man relativ häufig auch auf so Blogs liest, wenn man im Internet mal recherchiert, liest man relativ häufig, so eine GmbH macht ab 60.000 € Gewinn doch Sinn. Woher das kommt und wann es wirklich Sinn ergibt, auch rein steuerlich gesehen, schauen wir uns gleich nochmal im Detail an, weil ich gehe davon aus, dass das doch einige Leute hier interessiert. Schauen wir uns aber erstmal die Vor- und Nachteile an. Vorteile vom Einzelunternehmen, habe ich auch eben schon mal ein bisschen erwähnt, ist natürlich die einfache Gründung. Also als Freiberufler füllt ihr nur diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus. Der ist zwar nicht sexy und ein bisschen sperrig und versteht man nicht so, aber Einzelunternehmen, kommen wir zurück. Einzelunternehmen ist eine sehr, sehr einfache Gründung. Das Formular ist zwar ein Formular, das nicht besonders schön ist, ist aber, wenn man es mal vergleicht mit einer GmbH-Gründung, sehr viel einfacher. Die einfache Buchführung ist möglich. Das heißt, ihr macht eine Einnahmenüberschussrechnung. Das heißt, Einzelunternehmen oder insbesondere Freiberufler sind nicht verpflichtet, eine doppelte Buchhaltung zu machen, eine Bilanz aufzustellen, eine Gewinn- und Verlustrechnung zu machen, sondern da reicht eine Anlage für die Steuererklärung. Das ist, wenn ihr es nicht selber macht und quasi ein Steuerberater, also wie ihr es für euch macht, wahrscheinlich egal. Sollte es nicht, weil wenn es mehr Arbeit ist, dann berechnet der Steuerberater halt auch mehr. Das heißt, auch wir würden, wenn wir eine Bilanz erstellen und eine Gewinn- und Verlustrechnung und quasi eine doppelte Buchhaltung machen müssen, rechnen wir natürlich mehr ab und das macht natürlich auch jeder andere Steuerberater. Von daher ist Mehrarbeit schon mal doof, auch wenn du sie nicht selber machst. Kleine Anstrengungen gibt es da bei Gewerbetreibenden, weil Gewerbetreibende auch bilanzierungspflichtig werden. Also gewerblich tätige Einzelunternehmen werden auch bilanzierungspflichtig, wenn sie über bestimmte Gewinn- und Umsatzgrenzen sind. Selbst wenn du Gewerbetreibend bist, hatte glaube ich in den Chat keiner reingeschrieben. Nein, es waren nur Sarah und Anja, beide freiberuflich. Das heißt, ihr müsst euch überhaupt keine Gedanken machen. Aber für diejenigen, die das jetzt sehen oder später sehen und einen Gewerbeschein haben, also einen Gewerbe angemeldet haben, müsst ihr auch eine Bilanz erstellen, wenn ihr über 60.000 € Jahresgewinn oder 600.000 € Jahresumsatz wiegt. Dann werdet ihr bilanzierungspflichtig und dann müsst ihr die aufwändigere Buchhaltung machen. Und da schmilzt dann langsam der Vorteil des Einzelunternehmens. Für Freiberufler ist das aber definitiv ein riesen Vorteil, weil es wirklich deutlich weniger Arbeit ist. Und dann ist ein Vorteil von Einzelunternehmen, sie müssen ihre Umsätze und Gewinne usw. nicht veröffentlichen. GmbHs müssen tatsächlich ihre Bilanzen beim Bundesanzeiger hinterlegen. Das heißt, ihr müsst quasi eure Bilanzsumme, Ertragswerte, Jahresabschluss, Gewinn usw. hinterlegen oder sogar veröffentlichen. Das heißt, man kann das einsehen. Das heißt, für jede größere GmbH kann man das offen im Internet einsehen, wie viel Gewinn und Umsatz so gemacht wird. Kann einem egal sein, das ist aber manchmal auch blöd, um es mal so zu sagen. Es ist halt einfach der Datenschutz. Es kann jeder nachgucken, wie viel Gewinn gemacht wurde usw. Das ist tatsächlich manchmal auch interessant, weil überall, wenn ihr seht, da steht GmbH dahinter und es ist ein bisschen größeres Unternehmen, könnt ihr einfach um bundesanzeiger.de gehen und könnt da einfach mal die GmbH eingehen, um zu gucken, was verdient denn der Laden eigentlich so. Großer Vorteil von Einzelunternehmen, ihr könnt halt einfach euch Privat Geld entnehmen und reinpacken, wie ihr wollt. Das heißt, die Transaktion zwischen Geschäftskonto und Privatkonto ist bei einem Einzelunternehmen vollkommen ohne Probleme hin und her möglich. Und ihr müsst die Entnahme des Geldes nicht extra versteuern. Das heißt, wenn ihr da einmal Steuern zahlt, Einkommensteuer, Umsatzsteuer usw., wenn das abgeführt ist, könnt ihr danach mit dem Geld machen, was ihr wollt. Könnt ihr euch das so häufig hin und her überweisen, wie ihr nur wollt und es entstehen keine Steuern. Das ist ein riesengroßer Vorteil, weil es ist ziemlich ätzend bei einer GmbH, da ist es nicht so einfach. Und ganz am Anfang bei der Gründung ist natürlich auch ganz interessant, ihr braucht halt kein Mindestkapital. Das heißt, ihr braucht keine 25.000 €, die ihr erstmal auf den Tisch legt, sondern ihr braucht halt gar nichts. Wenn ihr Wissensarbeit, Beratung macht und gar kein Equipment braucht, dann könnt ihr auch mit 0€ einfach starten und das ist dann relativ easy möglich. Nachteile von Einzelunternehmen. Schreibt auch gerne von den Vor- und Nachteilen, die ihr gehört und gesehen habt. Gerade bei dem Thema gibt es echt viele Mythen und es gibt auch, um es mal so zu sagen, eine ganze Menge Leute, die Quatsch erzählen, was das betrifft. Und ich kann euch auch erklären, warum. Weil wenn ein Steuerberater euch quasi mal berät und sagt, eine GmbH würde ja viel mehr Sinn ergeben, weil Haftungsrisiken und hier und da und solche Sachen. Ich habe euch erzählt, eine GmbH ist deutlich mehr Arbeit und kostet dann entsprechend mehr. Und wenn ein Steuerberater mehr Umsatz machen möchte, rät er seinen Mandanten einfach mal, eine GmbH ergibt super viel Sinn. Ja, für ihn schon, weil er anschließend doppelt bis dreimal so viel abrechnen kann. Auch wenn euch ein Steuerberater das überrät, überlegt euch wirklich, ob das sinnvoll ist, weil es halt wirklich faktisch so ist, eine komplette Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnungen und Anhang und alles was dazugehört. Irgendwann kann man locker doppelt so viel abrechnen wie bei einer einfachen Einnahmeüberschussrechnung. Das ist halt nicht geil, aber ich erzähle da nichts, was ich mir ausgedacht habe, sondern das, was gängige Praxis ist. Nachteil vom Einzelunternehmen ist das Haftungsrisiko erstmal. Das heißt, dadurch, dass ihr quasi das, was ihr unternehmerisch tut, übernehmt ihr für euch quasi die Haftung. Das heißt, wenn da irgendein Vermögensschaden entsteht, dann haftet ihr grundsätzlich erstmal mit allen. Hier an dieser Stelle ein wichtiger Punkt. Bitte, bitte, wenn ihr das nicht habt, kümmert euch darum oder informiert euch mal. Ihr könnt dieses Haftungsrisiko natürlich ausschließen, wenn ihr eine Versicherung abschließt. Also ihr könnt eine Betriebshaftpflichtversicherung, eine Vermögensschutzversicherung. Ich habe zum Beispiel eine Agentur, bin Gesellschafter bei einer Agentur, wo wir auch so Social Media Werbung machen und so weiter. Und da passiert manchmal so ein Fehler und wir hatten das über so ein Update und so weiter. Da wurde plötzlich ein Werbebudget für einen Kunden ausgegeben, also von einem Kunden. Sollte nicht passieren, ist Kontrollmechanismen durchgerutscht, war auch in Kombination mit einer Connection, mit einem externen Tool und so weiter. Aber da ist halt ein Vermögensschaden entstanden für eine GmbH. Wir haben da eine Versicherung gehabt und die hat halt das übernommen. Klar, wir hatten einen Selbstbeteiligungsanteil, aber das haben eine Versicherung übernommen. Das könnt ihr als Einzelunternehmen, als Freiberufler auch machen. Das heißt, wenn ihr da in eurem Berufsfeld seid, wo durchaus ein Schadenhaftungsrisiko entstehen kann, gegen sowas könnt ihr euch versichern. Und damit ist quasi dieser Vorteil des Haftungsausschusses bei einer GmbH in der Theorie zwar gegeben, in der Praxis, wenn ihr eine Versicherung habt, dann haftet ihr am Ende auch nicht für das, was ihr macht. Natürlich muss man da immer voraussetzen, dass ihr quasi euren Pflichten nachgekommen seid und so weiter. Wenn ihr jetzt aber grob fahrlässig handelt oder bewusst Schaden erzeugt, dann seid ihr auch nicht aus der Haftung ausgeschlossen, wenn ihr eine GmbH habt, wenn man euch nachweisen kann, dass das Absicht war und in Anführungszeichen. Estella fragt, wieso bittet ihr keine Dienstleistung für GmbHs? Es gibt in erster Linie einen Punkt, warum wir das nicht machen. Ich vergleiche Steuerberater gerne immer mit Anwälten und du gehst ja auch nicht zu einem Anwalt für alles. Wenn du geblitzt wirst oder wenn du eine GmbH gründen willst oder wenn du deinen Ehevertrag aufsetzen willst oder dich wieder scheiden lassen willst oder, keine Ahnung, den Unterhalt einklagen willst nach der Scheidung. All diese Dinge sind rechtliche Probleme. Du gehst ja auch nicht zu einem und dem gleichen Anwalt, der das alles kümmern soll. Ich bin absoluter Anhänger und überzeugt davon, dass du Steuerberater haben solltest, die spezialisiert auf bestimmte Probleme sind. Und ehrlicherweise ist das Leben eines Freiberuflers echt anders als eine GmbH. Und so ein Familienunternehmen, das heißt GmbH hat eine ganz andere Herausforderung. Und ich glaube, man kann der beste Dienstleister und kompetenteste Dienstleister dann werden, wenn du die Spezialisiert bist. Das macht gefühlt die ganze Welt, außer die Steuerberatung. Wir machen das in der Steuerberatung. Das ist natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden, aber ich gehe mal so hin und bilde mir ein, dass wir ein sehr guter Steuerberater sind für Freiberufler und Einzelgewerbetreibende. Aber halt bei GmbH gibt es auch andere, die das genauso gut machen. Das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir konzentrieren uns auf eine bestimmte Zielgruppe. Vorteile einer GmbH ist das Image. Ganz ehrlich, wenn du jetzt hingehst und nennst dich Biba Buba GmbH, geil, klingt groß und wichtig. Ist tatsächlich so. Im normalen Geschäftsgebrauch, wenn da so ein GmbH dahinter steht, das wirkt nicht mehr so wie, da macht mal jemand so nebenbei was. Sondern es wirkt so ernst, so seriös und groß und wie wirklich ein Vorhaben, wie ein richtiges Unternehmen. Und jeder weiß halt auch, da hat jemand mindestens 25.000 € investiert. Das heißt, das ist ernsthaft, das hat Hand und Fuß, dieses Geschäftsmodell. Das ist nicht so ein windiges, ich probiere es mal aus, Selbstständigkeit. Das muss man schon sagen, das macht erstmal Eindruck und für viele Leute, gerade Gründen, sagt man auch so, jetzt habe ich es irgendwie geschafft. Das ist so ein bisschen wie so eine Grenze, wenn man anfängt nebenberuflich zu gründen, ein Kleinunternehmer ist und dann wird man irgendwann so Regelbesteuerer und zahlt Umsatzsteuer. Auch dann ist es mehr so für das Selbstbild, da denkt man so, jetzt bin ich irgendwie angekommen, jetzt ist das eine ernsthafte Selbstständigkeit und das Gefühl und dieses Image transportiert natürlich auch eine GmbH. Dann gibt es die beschränkte Haftung auf das Unternehmensvermögen. Hier muss ich allerdings wirklich sagen, eben habe ich einmal Versicherung gesagt, damit solltet ihr euch als Solo-Selbstständige, das heißt als Einzelunternehmen beschäftigen, aber auch als GmbH. Das Beispiel, das euch gebracht hat, war ein GmbH-Beispiel, weil die beschränkte Haftung, viele sagen nämlich, die Haftung ist beschränkt bei einer GmbH auf 25.000 €, ist sie nicht. Die Haftung einer GmbH ist beschränkt auf alles, was die GmbH hat. Das heißt, wenn ihr eine GmbH habt und die läuft seit 10 oder 20 Jahren und da hat sich ein bisschen Vermögen angehäuft und ihr habt 200.000 € in Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Forderungen usw., haftet ihr mit diesen gesamten 200.000 €. Das heißt, die Haftung ist nur dahingehend beschränkt, dass ihr nicht mit eurem privaten Vermögen haftet. Aber ich habe vorhin die Robert Bosch GmbH als Beispiel genannt. Robert Bosch GmbH haftet selbstverständlich nicht mit 25.000 €, sondern mit den Milliarden, was sie an Betriebsvermögen haben und erst dann ist es limitiert. Und auch da ist es, wenn ihr quasi fahrlässig handelt oder euch mal die Absicht unterstellen und nachweisen kann, dann haftet ihr da auch persönlich und insbesondere der Geschäftsführer haftet da selbst. Man kann auch sagen, kommen wir gleich nochmal ausführlicher zu dem ganzen Thema Steuern. Da ihr immer nur 30 % Steuern zahlt, landet ihr bei einer niedrigeren Steuerbelastung ab ca. 75.000 € Gewinn im Jahr, die ihr auch haben müsst. Das ist ein bisschen kurz gedacht, komme ich gleich auch dazu, warum. Das heißt, wenn ihr 75.000 € privat verdient, das heißt, als Einzelunternehmen zahlt ihr ungefähr 30 % Steuern. So what? Dann habt ihr das Geld auf dem Konto und habt das gemacht. Wenn ihr eine GmbH habt und ihr verdient 75.000 €, zahlt ihr auch 30 % Steuern. Bei 80.000 € ist es schon so, dass ihr, wenn ihr als Einzelunternehmen mehr Steuern zahlt und als GmbH habt, bleibt ihr halt immer bei diesen 30 %. Das heißt, alles unter 75.000 € zahlt ihr weniger Steuern, wenn ihr Einzelunternehmen seid und alles über 75.000 € zahlt ihr weniger, wenn ihr eine GmbH habt. Das ist leider ein wenig kurz gedacht, weil ihr das Geld dann halt in der GmbH habt. Das heißt, noch lange nicht, dass ihr es ausgeben könnt. Das heißt, ein GmbH hat erst dann eine Steuerentlastung, wenn ihr dieses Geld in der GmbH lasst. Das heißt aber auch, ihr könnt es nicht privat ausgeben. Das heißt, ihr wollt es irgendwie für später für die Altersvorsorge verwenden, das heißt für Jahre, Jahrzehnte später und lasst es so lange in der GmbH drin. Das ist dann so ein bisschen doof, wenn ihr eure Altersvorsorge in einer GmbH habt und gleichzeitig sagt, Haftungseinschränkung ist so ein bisschen doof, weil ihr haftet damit auch am Ende irgendwie mit eurer Altersvorsorge, die in der GmbH liegt. Das ist ein bisschen schwierig. Und wenn ihr euch jetzt das Geld rausnehmt, müsst ihr euch ja eine Gehaltsabrechnung machen, weil ihr das Geld ja nicht einfach rausnehmen könnt. Dann müsst ihr eine Gehaltsabrechnung machen, dann kommen nochmal Steuern auf eurer Ebene dazu. Das heißt, ihr zahlt nochmal Einkommenssteuer oder ihr macht eine Gewinnausschüttung. Auch dann zahlt ihr nochmal 25 % Kapitalertragssteuer. Das heißt, da kommen auf jeden Fall nochmal Steuern drauf. Die tatsächliche Belastung ist halt höher. Deswegen muss ich sagen, es ist eine steuerliche Entlastung, wenn ihr Gewinne macht und die ihr nicht braucht, die ihr quasi auch reinvestiert oder auch Jahre später reinvestiert, die ihr aber erstmal in der Gesellschaft drin lasst, das heißt, die ihr privat nicht braucht. Das heißt, bei nicht ausgeschütteten Gewinnen macht ab 75.000 €, ergibt das tatsächlich Sinn, eine GmbH zu machen. Nachteile einer GmbH sind die doppelte Buchführung, das ist auch was ich gesagt habe, aufwendiger Buchhaltung. Es ist auch generell ein höherer administrativer Aufwand. Ihr müsst jedes Mal, wenn ihr einen Jahresabschluss habt, eine Gesellschaftsversammlung machen. Das heißt, ihr müsst Dokumente machen, ihr müsst den Jahresabschluss veröffentlichen, auch die Gründungen und Veränderungen, wenn sich die Inhaber ändern, euer Geschäftszweck verändert und so weiter, müsst ihr immer zum Notar laufen, weil es immer im Handelsregister eingetragen werden muss. Das heißt, ihr habt eigentlich so eine ongoing Beziehung mit dem Steuerberater, Rechtsanwalt oder Notar, der euch halt die ganzen Verträge und Versammlungsprotokolle macht und so weiter, was natürlich alles kostet. Das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Und das überrascht vielleicht ein wenig, ihr habt eine niedrige Kreditwürdigkeit. Das wird auch häufig woanders erzählt, aber ich kann euch mal so aus meiner Praxis erzählen. Bei der vorletzten GmbH, die ich gegründet habe, wollte ich mir so Laptops mieten. Es gibt ja sehr prominente, bekannte Anbieter und ich dachte, ich habe eine GmbH, die Leute glauben bestimmt, ich bin kreditwürdig. Nix. Also ja, ich konnte die Verträge als GmbH unterschreiben, ich musste aber immer eine private Bürgschaft übernehmen. Das heißt, ich musste als Geschäftsführer oder Inhaber immer für den Kredit oder die Leasingverträge oder auch einen Handyvertrag usw. musste ich immer bürgen, damit ich das bezahle. Und damit ist irgendwie auch die private Haftung dahin. Wenn man in der GmbH quasi was mieten muss und auch Beruf miete und ich jederzeit quasi privat bürgen muss, damit ist leider die private Haftung hin. Weil wenn man in der GmbH dann nicht mehr zahlen kann, dann kommt der Vermieter oder der Inhaber von den Laptops, der sie mir vermietet, Kreditgeber usw. kommt dann halt bei mir an und dann hafte ich am Ende doch wieder privat. Und das ist leider die Erfahrung, eine GmbH ist wirklich nicht kreditwürdig. Nachteile einer GmbH außerdem noch, und dann gehe ich mal auf so ein paar Steuerpunkte ein, ist einmal das Veröffentlichen. Also wenn man das nicht möchte und seinen Nachbarn und Geschäftspartner nicht preisgeben möchte, was man denn so verdient und Umsatz macht und Gewinn macht usw., dann ist eine GmbH blöd. Wisst ihr, wie man das nachgucken kann? Würde es euch interessieren. Wir können uns nämlich gerne auch einfach mal irgendeine GmbH anschauen und uns mal den Jahresabschluss anschauen. Das ist nämlich gar nicht mal so schwierig. Blöd ist ebenfalls, die Privatannahmen sind halt nicht möglich. Ich habe hier schon ein paar Mal darüber geredet, das geht halt nicht. Du kannst nicht einfach Geld entnehmen, du musst dir entweder immer ein Gehalt zahlen oder den Gewinn ausschütten. Hoi, jetzt kommen viele Fragen. Der Vorteil wäre demnach nur, dass man keine Körperschafts- und Gewerbesteuer zahlt. Ja genau, wenn du komplett deinen gesamten Gewinn als, das kommt nämlich dazu, du kannst ja dein eigenes Gehalt als Geschäftsausgabe absetzen. Du zahlst halt auf deiner Gehaltsabrechnung dann die Steuern, aber wenn du alles sofort rausnimmst als Gehalt, dann zahlst du halt keine Steuern in der GmbH. Das heißt, dann ist zumindest steuerlich gesehen die GmbH neutral. Wenn du da 100.000 € Gewinn machst und 100.000 € stattdessen als Gehalt auszahlst, dann kannst du diese 100.000 € als Geschäftsausgabe in der GmbH berücksichtigen. Die GmbH macht gar keinen Gewinn und zahlt auch da gar keine Steuern. Du zahlst dann halt mit deinem individuellen, persönlichen Steuersatz. Am Ende zahlst du denn genauso viel Steuern, wie du zahlen würdest, wenn du ein Einzelunternehmen hättest. Ein Nachteil von der GmbH ist noch, dass ein Mindestkapital von 25.000 € notwendig ist, außer ihr gründet quasi eine Mini-GmbH, umgangssprachlich Mini-GmbH. Das ist die UG und zwar die Unternehmergesellschaft. Das werden auch die ein oder andere von euch schon einmal gehört haben. Auch das ist wichtig, das wissen nicht alle. Eine UG ist eine GmbH. Punkt. Fertig. Das ist nämlich im GmbH-Gesetz geregelt, ist die Unternehmergesellschaft im GmbH-Gesetz geregelt und ist per Definition eine GmbH, die aber nicht so heißt. Also die man Unternehmergesellschaft nennen muss, muss man auch deswegen nennen, weil das eine GmbH ist, die unter 25.000 € Kapital hat. Das heißt, dass es auch für alle externen Leute nachvollziehbar ist, dass das wirklich weniger als 25.000 € in der Firma sind. Das heißt, es ist eigentlich eine GmbH mit einem Kapital zwischen 1 € und 24.999 €. Ihr committet euch, wenn ihr eine UG gründet, aber immer darauf, 25 % vom Gewinn quasi nicht auszuschütten. Also Artem, was du sagst, kannst du trotzdem ein ganzes Gehalt zahlen, aber wenn du jetzt einen Gewinn machst, darfst du maximal 25 % nicht ausschütten, sondern nur 75 %, und zwar so lange, bis die 25.000 € erreicht worden sind. Und dann kannst du die UG in eine GmbH auch vom Naming umwandeln, sobald die 25.000 € erreicht wurden. Das habe ich persönlich auch schon einmal gemacht. Also ich habe auch schon mal eine UG mit 350 € gegründet und dann war ich irgendwann bei 36.000 €, und dann habe ich sie umgewandelt. Wichtig bei einer UG-Gründung, das heißt, wenn ihr sagt, ich will eine GmbH machen, aber ich will erstmal eine kleine GmbH machen, sorgt dafür, dass ihr genug Geld drin habt. Der witzigste und ernsthaft witzigste Fehler, den man machen kann bei einer UG ist, weil man sieht, ich kann sie ab 1 € gründen, dann geht ihr hin zum Notar, macht einen Notartermin, packt 1 € in diese Gesellschaft und ihr gründet damit ja eine eigene juristische Identität. Die hat dann 1 €. Und was die UG als erstes bekommt, wenn ihr beim Notar wart und diese Gesellschaft gegründet habt, ist eine Rechnung vom Notar und die ist meistens über 1 €. Das heißt, ihr habt dann plötzlich 1 € auf dem Bankkonto und eine 300 oder 400 € Rechnung von dem Notar und ihr könnt nicht einfach so ein Geld rein- und rauspacken in die UG. Das heißt, dann habt ihr ein Problem, ihr habt 1 € auf dem Konto und habt 300 € Rechnung und seid damit zumindest bilanziell erstmal überschuldet und müsst dann tatsächlich, theoretisch zumindest, Insolvenzverfahren anmelden. Also ihr müsst Insolvenz anmelden, weil ihr seid überschuldet. Es gibt natürlich ein paar Regeln, wie man es umgehen kann, aber wenn ihr eine UG gründet, kann ich euch schon dringend appellieren, überlegt euch tatsächlich vorher, wie viel Geld ihr in dieser Gesellschaft braucht und auch wie viel Geld euer Geschäftsmodell braucht und packt da genug Geld rein. Eine UG könnt ihr nicht mit 1 € gründen, weil allein das Notar und Handelsregister, also das Gericht und die Gerichtsgebühren und sonst was, das kostet. Das heißt, ich hatte das damals genau für mich ausgerechnet, das Beispiel, was ich gesagt habe, ungefähr 350 € waren es damals, ihr könnt ja wahrscheinlich davon ausgehen, 500, 600 € braucht ihr mindestens, um erstmal die Gründungsrechnungen zu bezahlen. Jetzt möchte ich bitte einmal hier und da möchte ich auch nochmal gleich auf Sarah, dich eingehen, aber das ganze Thema Steuern, weil ich meine, wir sind Steuerberatung und ich möchte das Thema Steuern ein bisschen weiter ausholen. Ihr zahlt als GmbH ungefähr 30 % Steuern und zwar einmal Körperschaftssteuer und einmal Gewerbesteuer. Plus, weil denn eure GmbH ja das Geld hat, plus die Einkommensteuer, die ihr quasi zahlt, um das Geld da rauszuholen. Wenn ihr das so macht, wie Artem es vorgeschlagen hat und sagt, ihr zahlt euch einfach den gesamten Gewinn immer als Gehalt aus, könnt ihr machen, dann zahlt ihr halt in der GmbH-Ebene keine Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer, zahlt aber natürlich euren individuellen Einkommensteuersatz, der dann halt bei 0-45 % liegt. Zum Thema Durchschnittssteuersatz und Spitzensteuersatz habe ich auf dem Kanal auch schon mal ein Video geladen. Guckt euch das gerne an, wenn ihr da den genauen Unterschied nicht kennt, aber grundsätzlich, wenn ihr den gesamten Gewinn einfach als Gehalt auszahlt, dann habt ihr das steuerlich zumindest keinen Vor- oder Nachteil bei einer GmbH. Das ist dann genauso wie ein Einzelunternehmen. Bei Einzelunternehmen auch, da ist euer Steuersatz dann, je nachdem wie viel ihr verdient, zwischen 0,45 €. Und eine GmbH hat jetzt erstmal, wenn ich nur die Steuern angucke, also wenn ich nur Einzelunternehmen und GmbH angucke, und guckt, dann seid ihr bei ungefähr einem zu versteuernden Einkommen von 75.000 €, habt ihr genau die gleiche Menge an Steuern. Das heißt, alles über 75.000 € zahlt eine GmbH weniger Steuern. Aber, und da kommt das große Aber, ihr habt das Geld halt noch nicht bei euch privat auf dem Konto. Das heißt, diese Rechnung ergibt nur Sinn, wenn ihr das Geld nicht privat braucht. Weil, wenn ihr das ausschütten müsst, quasi in den Privatbereich bringen müsst aus einer GmbH, dann wird das unattraktiver bei einer GmbH. Da entnommene Gewinne halt nochmal persönlich in den Einkommensteuersatz besteuert werden oder auch Gehälter. Und zwar gibt es da so einen schönen Rechner. Der heißt, also hier Bundesministerium der Finanzen, Einkommensteuerberechnung für Einkommensteuerpflichtige für die Jahre 1958 bis 2021. Hier tippe ich einfach mal die 75%, die ich da eingegeben habe, ein und wir berechnen mal, wie viel Steuern ich eigentlich bezahlen müsste. Hier gebe ich einmal 75.000 € ein. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ich 75.000 € zu versteuerndes Einkommen habe. Und dann kann ich hier quasi berechnen, wie viel Steuern ich zahle. Und das ist relativ interessant. Hier zahle ich die Einkommensteuer 29,82%. Solidaritätszuschlag ein bisschen, da bin ich bei ungefähr 30%. So ganz auf einen Cent genau kann man das meistens auch nicht berechnen, weil, also hier bin ich, ganz genau kann man es nicht berechnen, weil Gewerbesteuer, das heißt, sobald Gewerbesteuer, und das ist auch bei GmbH der Fall, ist es dann immer von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Weil es so einen Gemeindehebesatz gibt, das heißt, ungefähr 30% reicht uns vollkommen. Das heißt, dann zahle ich genauso viel. Was hier jetzt aber entscheidend ist, viele Leute, und das liest man leider auch überall im Internet, die sagen, ab 60.000 € lohnt sich ein GmbH mehr. Das ist quasi so der erste Mythos. Der erste und der kommt daher, schauen wir uns mal ein schönes Gesetz an, und zwar § 32a Einkommensteuertarif. Da steht eine ganze Menge Zahlen drin und auch irgendwie so mathematische Formeln. Und hier steht, dass man ab 57.919 € quasi 42% Steuern zahlt und das ist ja irgendwie mehr. Und darunter ist irgendeine andere Formel, das heißt, wie viel zahlt man eigentlich? Das ist tatsächlich der Grund, warum viele Leute sagen, ungefähr 60.000 €, aber dann zahlt man 42% und dann ist ja eine GmbH günstiger. Kommt nicht ganz hin, weil 42% ist genau der Unterschied zwischen Grenzsteuersatz und Spitzensteuersatz. Spitzensteuersatz ist quasi immer der nächste Euro, wie der besteuert wird. Und hier sieht man unten eine schöne Grafik. Das Blaue ist quasi der Spitzensteuersatz. Das ist immer, wenn du jetzt einen Euro mehr verdienst, wie viel Steuern musst du auf diesen einen nächsten Euro zahlen. Das ist quasi der Spitzensteuersatz, also der Grenzsteuer, dein persönlicher Spitzensteuersatz. Der Durchschnittsteuersatz ist aber, du nimmst einfach deine gesamte Steuerbelastung und rechnest die halt da durch. Das heißt, du hast 75.000 € zu versteuerndes Einkommen und 23.643 Cent zahlst du insgesamt an Steuern. Und wenn du das durch 75.000 € rechnest, dann landest du halt bei 30.68. Du bist aber bei 42% Spitzensteuersatz. Von daher ist dieses 60.000 € sowieso Quatsch. Und hier sieht man das auch ganz grob. Die Linie ist halt der Durchschnittsteuersatz. Der nähert sich dann immer mehr diesem Spitzensteuersatz an. Also hier sind es bis 42 und hier hinten macht es nochmal einen Sprung auf 45. Wird aber nie so hoch sein. Und bei der Körperschaftsteuer bist du halt immer bei 30%. Das heißt, eine GmbH zahlt immer 30%. Das heißt, theoretisch könnte man jetzt hingehen und sagen, ab hier lohnt es sich dann. Ach nein, hier 30 und ab hier lohnt es sich dann. Das heißt, ab 75.000 €. Das Ding ist aber, und das ist relativ wichtig, das switche ich doch direkt mal und blende mich wieder ein. Das Ding ist aber, ihr könnt, also mit dem steigenden Einkommen steigt halt nicht nur die Steuer, sondern auch die Sozialversicherung. Das heißt, wenn ihr jetzt hingeht und sagt, ihr verdient 100.000 € statt 75.000 €, dann steigt bei euch natürlich auch die Sozialversicherung. Wenn du jetzt hingehst und sagst, wie Atem sagt, ich zahle mir das als Gehalt aus, weil ich das Geld persönlich haben möchte, steigt ja nicht nur eure Steuer, sondern auch das, was ihr für die Krankenkasse zahlt, wenn ihr Rentenversicherungspflichtig seid für die Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung. Das heißt, je nachdem, was ihr davon zahlen müsst, man muss nicht immer in allen Konstellationen alles zahlen, steigt das ja auch. Das heißt, ihr habt auch bei Mehreinkommen höhere Sozialversicherungsausgaben. Und die könnt ihr zwar, wenn ihr Einzelunternehmen seid, in eurer Steuererklärung geltend machen und da direkt berücksichtigen. Auf GmbH-Ebene könnt ihr das zwar als Betriebsausgabe absetzen, aber wenn du diese ganzen Effekte auch noch mit reinrechnest, reden wir rein praktisch eher davon, dass das ab 100.000 € ungefähr Sinn ergibt. Das heißt, ab 100.000 € Gewinn kannst du sagen, eine GmbH ist günstiger, was Steuern und Sozialversicherung betrifft. Da muss man schon sehr individuell schauen. Das heißt, wenn ihr das für euch mal berechnet haben wollt und so weiter, könnt ihr euch gerne auch mal melden und so weiter. Das ist aber sehr individuell, weil wir reden hier von zu versteuerndem Einkommen und wenn ihr Einzelunternehmen seid, dann spielt euch eine ganze Reihe an anderen Dingen auch eine Rolle. Seid ihr verheiratet? Was verdient eventuell der Ehepartner? Habt ihr Kinder? Diese ganzen Sachen, die man so in der Steuererklärung absetzen kann. Den großen Gestaltungsspielraum habt ihr nicht, wenn ihr eine GmbH habt, weil ganz viele Sachen davon spielen in der GmbH keine Rolle. Eure GmbH hat kein Kind und ist nicht verheiratet. Das heißt, das ist sehr individuell. Man kann aber so als grobe, grobe Benchmark, könnt ihr euch sagen, ab 100.000 € Gewinn ist tatsächlich finanziell eine GmbH günstiger. Aber auch da große Einschränkungen, wenn das Geld in erster Linie dafür bleibt. Wenn ihr da jetzt immer alles auszahlt, das heißt auch gerade Gewinnausschüttungen. Gewinnausschüttungen ergeben fast steuerlich fast nie Sinn. Das ist so grob das, was ihr euch überlegt, plus diesen ganzen administrativen Mehraufwand, den ihr natürlich auch teilweise bezahlen müsst. Und das ist natürlich dann aufwändiger. Aber das müsst ihr tatsächlich selber schauen. Wir haben jetzt gerade einen Mandanten gehabt, über den wir gesprochen haben, also heute tagsüber, also vorher auch in Vorbereitung auf dieses Webinar. Wir hatten einen Mandanten, der hat 130.000 € Gewinn gemacht. Der ist bei einem persönlichen Steuersatz von 26 % und nicht 30 %. Liegt daran, weil verheiratet und all solche Sachen. Das heißt, das muss man wirklich sehr individuell schauen und sollte dann auch eine Überlegung sein. Ihr solltet auch sicher sein, dass ihr davon nicht so viel Geld ausschüttet, weil dann lohnt es sich irgendwann auch nicht mehr. Also deswegen, unten habe ich nochmal geschrieben, effektiv geringe Belastung ab ca. 100.000 € Gewinn, wenn man die Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigt. Dann reden wir rein steuerlich gesehen über einen Case, wo wir sagen, das könnte jetzt interessant sein. Wichtig ist auch, das sollte halt stabil darüber liegen, weil wenn es schwankt und so weiter, dann habt ihr unter Umständen in den Jahren, in denen weniger ist, natürlich als Einzelunternehmen wieder einen steuerlichen Vorteil. Aber so ganz grob könnt ihr euch das merken. Das heißt, wann ergibt eigentlich was Sinn? Eine GmbH ist dann sinnvoll, erstens, wenn ihr genug Kohle habt. Das heißt, wenn die Liquidität da ist, wenn ihr 25.000 € für eine Gründung ausgeben könnt, selbst wenn ihr eine UG macht, braucht ihr trotzdem ein bisschen die Anschubfinanzierung, weil ihr nicht einfach nochmal Geld nachschießen könnt, wie in einem Einzelunternehmen, dass ihr euch einfach auf das Geschäftskonto Geld überweist, um ein paar Rechnungen zu bezahlen. Das geht bei einer GmbH nicht so einfach. Das heißt, da müsst ihr deutlich akkurater planen. GmbHs ergeben Sinn, wenn ihr mit mehreren Leuten gründet oder auch gerade Leute habt, die euch vielleicht Geld dazugeben, also Investoren oder sowas, dann ergibt das Sinn. Und wenn der Gewinn nicht sofort gebraucht wird und ihr das Geld eher für eine Altersvorsorge braucht, oder ihr das auch reinvestieren wollt, dann ist die grobe Benchmark, die ihr habt, 100.000 €. Das heißt, wenn ihr bei über 100.000 € Gewinndauer haben seid und nicht das alles braucht, dann gerne GmbH. Einzelunternehmen sind dann sinnvoll, wenn du Freiberufler bist, weil diesen Status verlierst du, wenn du eine GmbH gründest, wenn du möglichst geringen Verwaltungsaufwand haben möchtest, weil GmbH ist deutlich aufwendiger, und wenn du nicht konstant über 100.000 € Gewinn hast, dann ist eigentlich steuerlich so gesehen immer Einzelunternehmen günstiger. Dann habe ich nochmal ein paar Punkte aufgelistet, Mythen um GmbHs. Das eine habe ich jetzt bis zum Ende, bis zum Erbrechen glaube ich erläutert, ist, dass GmbHs steuerlich günstiger sind. Ja, ab ca. 100.000 € Gewinn. Anderer Punkt, eine GmbH schützt vor Scheinselbstständigkeit. Nein, in der Regel nicht. Also vielleicht fällt man nicht auf, also ich möchte nicht das Thema Scheinselbstständigkeit komplett aufmachen, da gibt es nochmal einen sehr langen Webinar-Ausschnitt, den habe ich auch auf diesem Kanal hochgeladen. Das heißt, den könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. In der Regel schützt eine GmbH auch nicht vor Scheinselbstständigkeit. Das heißt, wenn ihr eine One-Man-GmbH und One-Woman-GmbH seid, könnt ihr schon machen, dass dann darüber die Verträge, aber das kann man euch durchaus als irgendwie Gestaltungsmissbrauch sehen usw. Und ihr könnt trotzdem Scheinselbstständigkeit sein, auch wenn ihr über eine GmbH abrechnet. GmbH schützt vor Haftungsrisiken? Nein, in der Regel auch dann nicht, weil ihr einmal in der GmbH sehr häufig eine private Bürgschaft übernehmen müsst und am Ende wirklich ernsthafte sinnvolle Haftungsminimierungen tatsächlich mit einer Berufsfachpflichtversicherung möglich ist. Und die könnt ihr sowohl als GmbH als auch als Einzelunternehmen abschließen. Meine persönliche Erfahrung ist, dass ich selbst habe tatsächlich auch Einzelunternehmen weniger gezahlt, weil ich da halt kreditwürdiger war und die Versicherung gar nicht so skeptisch war, warum ich denn jetzt eine GmbH mache und warum ich meine Haftung so weit reduzieren möchte usw. Da habe ich tatsächlich einfach niedrigere Beiträge für ähnliche Konditionen gehabt, aber das betrifft vielleicht auch nur mich. Das weiß ich nicht, ob das repräsentativ ist. Sarah schreibt, schildert mir erstmal ihren Fall. Ich glaube nicht, dass die GmbH für mich eine wirklich gute Lösung wäre. Zu viel Oberherd, zu unflexibel. Für die Risiken habe ich auch eine Berufshaftpflicht, 800 € im Jahr mit 5 Millionen Deckung. Genau, also das ist schon mal ganz gut, wenn du so eine Berufshaftpflicht hast, dann hast du eigentlich ehrlicherweise mehr Schutz in deiner GmbH auch nicht. Weiter schreibst du Sarah, besagter Kunde wird mich irgendwann auch nur noch beauftragen, wo ich sozialversicherungspflichtig angestellt wäre. Andere Freiberufler haben deswegen als GmbH informiert, in der sie angestellt sind. Genau, das ist der Punkt, das wollen nämlich ganz viele, das habe ich vorhin schon mal gesagt, das wollen viele Auftraggeber, die das so pushen wegen dem ganzen Thema Scheinselbstständigkeit. Das heißt, wenn du nur einen Auftraggeber hast und da eine Rechnung stellst und eigentlich abhängig beschäftigt wärst, das heißt angestellt wärst, gibt es einige Unternehmen, die sagen, gründe eine GmbH, dann bist du nicht mehr scheinselbstständig. Es gibt andere Urteile, das heißt auch Gerichte haben schon anders entschieden und haben gesagt, nur weil du eine GmbH gründest, heißt das nicht, dass du abhängig beschäftigt bist. Du verschleierst das vielleicht ein bisschen besser, ja, das schließt es aber nicht aus, dass du am Ende vielleicht als scheinselbstständig betrachtet wirst. Das ist keine Garantie dafür. Ihr könnt euch auch gerne auch auseinandersetzen, wie gesagt, ein ganz separates, fast 2 Stunden Webinar über das Thema, könnt ihr mal durchskippen. Bei allen Videos habe ich immer so die Kapitelmarken in der Videobeschreibung drin. Guckt euch gerne den Part an. Kein Merkmal ist, dass du bei einer GmbH nicht Scheinselbstständigkeit bist. Das ist kein Kriterium für Scheinselbstständigkeit oder nicht. Da geht es eher darum, ob du mehrere Kunden hast, nimmst du am normalen Wirtschaftsverkehr teil, akquirierst du Kunden, bist du tatsächlich unabhängig frei in deiner Zeitanteilung und Arbeitsplatzeinteilung. Auf solche Punkte werden geguckt. Aber guck gerne rein, überall, da steht nie irgendwas, ist eine GmbH vorhanden oder nicht. Also da steht nirgendwo, dass du als GmbH-Inhaber, Geschäftsführer nicht Scheinselbstständigkeit sein kannst. Wird von vielen trotzdem irgendwie forciert. Ist mit Sicherheit auch in der Praxis so, dass das dann seltener auffällt. Aber ganz ehrlich, wenn das der einzige Grund ist, irgendwas zu verschleiern. Es sollte mehr Gründe geben, um es mal so zu sagen. Weiterhin schreibst du, ich glaube auch, dass mein Kunde da nicht gut beraten wurde. Er will damit das Problem der Sozialversicherungspflicht rechtssicher regeln. Ja genau, das ist Scheinselbstständigkeit, das heißt, wenn er jetzt wüsste, er müsste dich eigentlich einstellen, möchte das aber nicht machen, sondern möchte ich, weil er dich, keine Ahnung, eben Sozialversicherungsbeiträge zahlen möchte, weil er das Arbeitsrecht umgehen möchte, weil weniger Kündigungsrechtsverpflichtungen und so weiter. Das machen dann relativ viele, die sagen, mach eine GmbH, dann bist du nicht scheinselbstständig und dann bist du auch nicht Sozialversicherungspflichtig. Wenn sich jetzt die Rentenversicherung aber anschaut, das bewertet die auch häufiger als, okay, das so im Sinne von nice try, aber come on, du bist genauso abhängig wie nicht und du kannst als Person genauso abhängig sein, wenn du über eine GmbH abrechnest. Trade fragt, hast du Erfahrungen mit Freelancern, die aufgrund geringerer Steuern Deutschland verlassen haben? Sorry, wenn die Frage schon besprochen wurde. Ja, habe ich eher privat, auch weil ich persönlich mal zweieinhalb, drei Jahre nicht in Deutschland gelebt habe und tatsächlich aus Deutschland weg war, aber tatsächlich nicht aus steuerlichen Gründen, sondern aus, ich würde mal sagen, klimatischen Gründen, habe ich mal zweieinhalb Jahre nicht in Deutschland gelebt und war tatsächlich steuerlich die ganze Zeit in Deutschland registriert und habe in Deutschland Steuern bezahlt. Das Ganze ist sehr umfangreich mit Wegzugsbesteuerung und Sitz der Geschäftsführung und Aufenthaltstagen, wie viel und so weiter. Riesengroßes Thema, komplexes Thema. Ich möchte an dieser Stelle nur einen Punkt sagen, es reicht nicht einfach nur eine ausländische Gesellschaft zu gründen. Das höre ich auch immer wieder und war auch gerade gestern, vorgestern unter so ein paar Videos von uns ein Kommentar, mach doch mal Steuertipps, wie ich in Estland eine Firma gründe. Man kann super digital in Estland E-Residency und eine Gesellschaft gründen und so weiter, geht super einfach. Wenn ihr aber in Deutschland wohnt und in Deutschland arbeitet und jetzt eine estnische Firma gründet, dann ist der Sitz der Geschäftsführung, weil ihr ja noch in Deutschland seid, ist der Sitz der Firma in Deutschland. Und ihr vermeidet dadurch keine Steuern oder sorgt nicht dafür, dass ihr in Deutschland keine Steuern zahlen müsst, sondern habt dann halt eine estnische Firma mit Sitz in Deutschland und müsst trotzdem in Deutschland Steuern bezahlen und müsst euch auf dem Top aber noch mit den estnischen Steuerrechtsrichtlinien auseinandersetzen, weil ihr eine estnische Firma habt. Findet da mal einen Steuerberater, der es vernünftig beraten kann. Und wenn ihr es einfach nicht erklärt, ja so was, das Steuern hinterziehen geht auch. Das ist nicht unbedingt empfehlenswert und das ist tatsächlich so ein bisschen tricky. Könnt ihr nicht einfach so ganz einfach machen, geht nicht ganz so einfach. Wenn ihr aber tatsächlich faktisch nicht in Deutschland lebt oder euch tatsächlich auch selbst weg bewegt, dann gibt es da natürlich Möglichkeiten, wo ihr woanders hingeht, um weniger Steuern zu zahlen. Aber das ist so ganz einfach, wie es manchmal suggeriert wird, ist es definitiv leider nicht. Sarah, schön, danke, auf jeden Fall hilfreich, das ist schon mal schön. Ich hoffe, du kommst mit der Situation, du kommst da irgendwie zurecht manövriert. Wenn du da noch Hilfe brauchst, weißt du ja, wie du uns erreichst. Christoph schreibt leider zu spät dazugekommen, werde mir gleich alles angucken. Gestern wollte ich meine GmbH gründen, zu blöd, dass ich einen Termin hatte. Christoph, genau, bei dir ist nochmal so ein Special Case, aber wir reden ja sowieso. Bei dir könnte es aus anderen Gründen durchaus vielleicht Sinn ergeben. Wenn das ansonsten alles war und da jetzt keine extra Fragen zu sind, bedanke ich mich für eure Zeit. Wir sehen uns das vielleicht noch als ein abschließender Appell. Wir veröffentlichen regelmäßig Videos auf diesem Kanal. Das werden alle Leute, die uns schon ein bisschen länger kennen, wissen. Es lohnt sich uns zu abonnieren, definitiv, weil wir tatsächlich laufend neue Videos hochladen und wir haben schon viele spannende produziert. Die kriegt ihr alle kostenlos für free, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Das war es dann. Ich danke euch, wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns die Tage. Ciao, ciao!